Ich habe die andere MP mal weggepackt, weil das ist zu dumm, wenn ich beide MPs benutze in dem Sinne eigentlich. Ja, richtig. Wie viel Schuss hast du für die Pistole? 10? 27. Achso, nee, 27, Entschuldigung, ja. Warum ist das equipped? I don't get it. Die Munition. Ja. Ja, die kannst du jemandem ins Gesicht werfen. Komm mal. Geil. Oh, was ist hier? Typ 2 Plagers. Wie bereits aus älteren Unterlagen ersichtlich, wurde der ursprüngliche Lasplagersparasit in einer abgeschiedenen Gegend Europas entdeckt. Nach seiner Reifung in einem Wirt übernimmt er dessen Willen und Bewusstsein, wodurch der Wirt höchst anfällig für Manipulation von außen wird. Dies bedeutet, dass man gehorsame Subjekte schaffen kann, die allen Anweisungen nachkommen, ohne sie zu hinterfragen. Diese Möglichkeit bot großes kommerzielles Potenzial, sodass Lasplagers schon bald großes Interesse erregte. Das Problem bei der Kommerzialisierung bestand in der zeitlichen Verzögerung zwischen der Infizierung und dem Zeitpunkt, an dem der Wirt steuerbar wird. Der Zeitraum, der zwischen der Verabreichung von Lasplagers als Ei und dessen Reifung und Übernahme des zentralen Nervensystems lag, war zu lang. Der Reifungstyklus von Lasplagers ist relativ kurz, aber die potenziellen Kunden wünschten zweckdienliche Ergebnisse. Mit Blick auf diese Wünsche wurden Verbesserungen an Lasplagers vorgenommen. Das Ergebnis waren die Typ-2-Plagers. Diese unterschieden sich von ihrem Vorgänger dadurch, dass sie im ausgereiften Zustand verabreicht werden und der Wirt fast sofort steuerbar ist. Typ-2 wird oral verabreicht, also dem Wirt in den Mund eingeführt. Diese Methode ist zwar etwas rau, aber sehr effektiv. Nach der Verabreichung zerfleischt der Parasit die Speiseröhre und bewegt sich zunächst zum verlängerten Rückenmark, dann zum Gehirn und schließlich zum Rückenmark selbst. Sobald er das zentrale Nervensystem übernommen hat, kann der Wirt gesteuert werden. In einer Laborumgebung konnten wir die komplette Kontrolle eines Wirts innerhalb von 10 Sekunden nach der Verabreichung nachweisen. Abgesehen von der verkürzten Infektionszeit weist Typ-2 alle Merkmale des ursprünglichen Lasplagers auf und ist somit außerordentlich geeignet für die Kommerzialisierung. Nun steht lediglich das Sammeln von Felddaten aus der Kijuju-Autonomus-Zone aus. Es folgt eine Liste mit drei Schlüsselexperimenten zur Bewertung von Typ-2. 1. Infektion Verabreichung von Typ-2-Proben an 10 infizierten Testobjekte und Beobachtung der Geschwindigkeit, mit der sich die Infektion ausbreitet. Die 10 Testobjekte müssen ausreichend Typ-2-Proben erhalten, damit messbare Ergebnisse erzielt werden können. 2. Kontrolle Beobachtung des Umfangs, in dem das durch Lasplagers hervorgerufene barbarische Verhalten kontrolliert werden kann. Dies erreicht man dadurch, indem man die Zahl und Art der Angriffe auf die BSAA-Agenten im jeweiligen Gebiet auswertet. 3. Kampf Sammeln von Daten zum Verhalten von Typ-2 in Kampfsituationen. Typ-2-Wirte kämpfen gegen im jeweiligen Gebiet eingesetzte BSAA-Agenten. Dieses Experiment ist die letzte Stufe bei der Bewertung der Effektivität von Typ-2-Plagers. Gut. Wissen wir jetzt Bescheid. Upsi! Was hast du denn gemacht? Alles kaputt? Guck mal auf deine Pistolen-Munition. Oh, dankeschön. Achso, nee, hier war nichts. Warum? Ich hätte doch jetzt auch warten können. Im Vorbeigehen habe ich sie dir zugeschmissen. So läuft das hier. Oh nein, nicht die Köter. Jo, wie habe ich denn da daneben geschossen? Boah, alter. Dauert das lange. Nein, 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 nein. mann ich hasse die külter die külter ohne witz hunde in resident evil sind immer scheiße und den dachs sind auch scheiße die teleporten hinter dir warte aber lasst mich mal was mein letzter schuss mit der waffe mit pistole hinter uns du kannst und es ist gut dass ich die geupgradet habe die waffe hier alter ist eine pistole munition maschinengewehr munition nimm du die person wir sind noch freundliche freunde der anderen seite war auch noch einer ja oh johann ist geld okay das war wohl der letzte und er hat auch wir müssen sowieso bei dir ist nichts mehr willst du die ehre haben das ding wieder abzuschießen ich kenne jetzt hier guck mal x max des bockens dann fangen wir an zu buddeln jetzt hat sie die lore einfach verloren ja und ich darf das auch fahrstuhl fahren ist in der space tödlich ich leuchte mal den weg du schießt dass man sich nicht bewegen kann aber wenn man genauer leuchten will hast du ein grünes kraut aufgenommen ja dann nimm mal das rote noch soll ich schon direkt nutzen kombinieren mit du hast du noch grünes kraut also kannst du auch benutzen weil die gibt es jetzt auch nicht so gut weil man sieht echt jahre star ja warte doch ich komme ja schon mit der lampe es ist übelst dunkel wenn da keine lampe ist ich leuchte manne du kümmerst dich ja drum in die klöten der tut mir leid wo ist er ja komm mal hier ran auf den meter boom alter dot 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 ausgeliechen ich dachte da kommt wieder so ich kann ihn nur treffen wenn das ding über wasser ist das belastend hier aber viel handgun shotgun nimm beide land granate lasst mich nicht allein damit jeder du die in 20 kilometer entfernung hört dass wir da sind warte warte da oben 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 da muss blicken da ist gut dass ich das gerade noch gesehen habe ich habe noch was gefunden worauf zu schießen kann ja gegner weg 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 war weiter jetzt verreckt doch man ist schon mal tot weg das auch weg ob der was hat was gedacht kommt zurück ja und zwar da oben am wasserfall nachhaltig backen stirbt einfach er wollte hier kann gps das ist was hier sind sachen warte mal kurz schlangen ich habe dir mal noch personen gegeben da danke hier links ist auch noch was kommt irgendwo einer noch mehr mein gott jedoch ist immer so dramatisch sterben müssen naja so ein run von gegnern ist wieder weg was hier hier sind noch ist eine richtige kiste mit dem edelstein schlange ich hasse sie drin oder was deswegen habe ich in 4 zum beispiel immer zweimal auf die kisten aufgabe ich wusste da irgendwelche kisten ist definitiv immer ich hab das immer ich hab die gesehen und wollte dann immer die waffe wechseln ich habe nicht noch mal gehauen oder so ich wollte immer schießen ach so ja okay hinter dir ja jetzt kommen wir raus da aus dem schatten da du alte sau da haben wir hier auch ein hebel es kann sein dass der einmal komplett hoch muss oder so ja geh ich mal von aus ich schreibe da erst mal so rum ich glaube die waffen dinge was quillst du die eigentlich so ja die haben es nicht anders verdient ist argumentable aber okay argumentable ja argumentable das heißt irgendwas muss auf deiner seite sein man kann immer durch diese stäbe so scheiße durchschließende weil ich bisher kann es loslassen bin durch warum die lampe noch nö ich glaube nicht ich glaube das war nur für den es ist time to shine jetzt für dich ne für mich ich da mit der wenigsten body du hast den scharf schützen allerdings ach so ja stimmt ja da war ja war ich habe ja getroffen dieser zeit zu sein ich werde geschossen wo ist er da oben ach komm geht weg da alter wie die auch hinter einem einfach auftauchen die sagt gesichter nach außen schatten du tust mich nicht von die aller alter aber oh gott ich bin fast tot oh boy falsche richtung ne ich muss nachhören ungünstig ich hab nichts mehr zu beeilen ich auch nicht hinter uns war kraut ich hab's gesehen ja ja oh goi oh weia nicht sterben jetzt wird schwierig als ob oh ne scheiße wo bist du ich bin tot ich wollte gerade zu dir kommen da kam man mit seinem schlägchen an die sau also gefühlt ähm bin ich laufend langsamer mit der äh wie heißt das ähm mit der sniper rum weiß ich nicht ich würde ne wenn du die nicht ausgerüstet hast glaube ich nicht ich bin tot ich bin tot ich bin tot